Ja, schönen guten Tag, ruckelige Grüße aus dem Kaffee-Express, hier auf einer schönen Bundesstraße. Wir kommen aus Zelle und wollen jetzt mal zusammen nach Arnsbeck fahren. An diesen herrlichen Sommertag, bei verhältnismäßig medien 22 Grad, wünsche ich uns eine gute Fahrt. Und abonniere gerne den Kanal, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal. 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 Nach 400 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Bitte nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wünsche dir einen schönen Tag, pass auf dich auf, bleib gesund Und gerne freue ich mich auf eine weitere nächste Fahrt mit dir.